Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, die will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Ohr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Ach komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. Neun Stück zum Tisch hier und der Weiß hat wieder sein Gewiss auf dem Pokerlohn. Übernimmst du? Okidoki. Und was? Ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020